Da ist er! In einem Hochzeitssaal in Denizle. Der wird bestimmt modernisiert. Der wird bestimmt. Ja. Nereye geht'sst du? 0. Youtube? Ja. Ich bin TikTok. Ich bin TikTok. Super. Ich bin Instagram. Ich bin die Asensoren. Ich bin die Asensoren. Ich bin die Asensoren. Ich bin die Asensoren. Okay, danke. Warum steht da? Man darf hier nicht parken. Ohne zu. Ich werde mal in den Anlagen nehmen. Ah. Hm. Ah. 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 Diese Anlage gefällt mir, das ist Ventilator, geht aber nicht aus. Die Innentür scheint wohl der Fett zu sein. Ich glaube sogar bei Wozok, der wurde aber bestimmt modernisiert. Der Ventilator geht leider nicht aus. Ich weiß, denke ich mir noch einmal rum und dann war es das. Was ist jetzt passiert? Tür zu. Die strengen Regeln wurden in Österreich, in Deutschland vorgenommen. Ciao. Ciao. Entschuldigung. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Kalnisminden kapatacağım. Bırak, bırak. Sì. Bırak, batze kann. Hier bin B Tiefe at bedtime. Vielen Dank.